30, wie immer. So, ich kann dann irgendwo in den Schatten gehen. Die Reimung ist hinsetzen, aber wo wirkt es wohl was zu hinsetzen. Da schreiten wir wenigstens. So, ich fähre mal hin. Ja. Mein Popo brennt, die Fliesen sind so heiß, dass du kaum drauf sitzen. Naja, egal. Hauptsache man sitzt ein bisschen. Ja. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Bye. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's. 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 Das war's.